Ja, einen schönen guten Tag, verehrte Studierende. Am 25.02.2021 werden wir gemeinsam Ihre 60 Minuten Online-Klausur, auch Take-Home-Klausur genannt, im Modul 6202 W1 Umweltchemie durchführen. Mögliche Szenarien zur Klausur hatte ich schon vor geraumer Zeit mitgeteilt und auch betont, dass es sich dabei noch nicht um den abschließenden Ablauf handelt. Ich denke, die aktuellen Anpassungen sind Ihnen schon bekannt und ich denke, sie sind nicht so schwerwiegend unzumutbar, dass Sie und ich das nicht bewältigen können. Die Klausurdurchführung wird nach den juristisch geprüften Vorgaben der Hochschulleitung vollständig als Webex-Klausur-Meeting, wie ich es nachher beschreibe, ablaufen. Ja, natürlich wird an diesem Tag StudIP und Webex vollständig zusammenbrechen. Für diesen Fall werde ich Ihnen, wie Sie es von meinen Vorlesungen gewohnt sind, die Klausuraufgaben um 9.55 Uhr, also 5 Minuten, vor Start der 60-Minuten-Bearbeitungszeit über einen versteckten Link auf Ihre Hochschule-E-Mail-Adresse zukommen lassen. Was machen Sie dann? Sie starten dann über den Link-Anklick das Klausur-Video und beginnen die Aufgaben handschriftlich auf Papier zu lösen. Dabei müssen Sie die Uhr im Blick haben, weil Ihre Lösungen als Analog-Papier-Version ja noch innerhalb von 10 Minuten, also zwischen 11 Uhr und 11.10 Uhr, a. in eine PDF-Datei gescannt und b. an meine E-Mail-Adresse, also paul.googelsberger.hs-rm.de, gesendet werden muss. Ob diese Klausur dann gewertet wird, liegt nicht allein in meinem Ermessen. Weil Sie aber sich auf den Klausurtag gut vorbereitet haben, würde ich es auf jeden Fall versuchen, sofern ich keine Täuschungsversuche erkenne oder andere derzeit nicht sichtbare Probleme dabei auftreten oder dagegen sprechen. Ich habe Ihnen also eben einen Havariefall geschildert, der nicht eintreten sollte, aber immerhin eintreten kann. Die eben geschilderte Möglichkeit zur Klausur-Abholung über einen YouTube-Videolink, die biete ich Ihnen auch im Falle eines störungsfreien Ablaufes der Klausur. Wie Sie mit dem Klausur-Ausgabe-Video umgehen, was Sie darin erwartet, erfahren Sie nachher weiter unten. Wir gehen jetzt mal zum aktuell geplanten Ablauf der Klausur und der sieht ja dann Folgendes vor. Ja, also zunächst hier zum aktuell geplanten Klausur-Ablauf Umweltchemie möchte ich Ihnen folgende Hinweise geben. Ja, mein Klausur-Ablaufplan soll Ihnen keine Nachteile bescheren, daher vergleichen Sie meine Angaben mit dem Klausur-Ablaufplan, der Ihnen von anderen Dozenten und der Studiengangsleitung bislang mitgeteilt wurde und informieren Sie mich gegebenenfalls über etwaige Problemstellen. Nun zu A, was ist zu beachten, was ist erlaubt, was nicht. Dazu habe ich die Punkte kurz aufgelistet, aber dennoch denke ich verständlich und klar. Ja, zunächst einmal die Ausarbeitungen müssen handschriftlich angefertigt, eindeutig les- und zuordnenbar sein. Also das heißt, da müssen Ihre Namen, Ihre Matrikelnummer und die Seitenzahl drauf und Sie müssen deutlich schreiben, sodass man es lesen kann. Ja, gehen wir weiter. Unter A, was ist zu beachten, was ist erlaubt, was nicht. Hier dann Rechenergebnisse. Rechenergebnisse müssen mit erkennbarem Rechenweg nachvollziehbar sein. Nein, das kennen Sie aus der Schule und das kennen Sie auch aus anderen Fächern. Also das ist ganz klar, einen Taschenrechner werden Sie nicht brauchen, weil das, was zu rechnen wäre in diesen Klausuren bislang, das war immer mit dem Kopf rechenbar. Sie dürfen natürlich einen Taschenrechner, da kommen wir gleich noch zu, beiseite liegen haben. Der sollte aber dann internetunfähig und nicht programmierbar sein. Dann zum Schreibstift. Das hört sich erstmal einfach an, ist aber ganz wichtig. Weil da kann es echt Probleme geben, wenn der Stift nicht gut, nicht deutlich schreibt. Also Schreibstifte müssen kontraststark in blau oder schwarz schreiben, damit das, was Sie einscannen, auch geltend gemacht werden kann, weil es halt lesbar ist. Und nicht, weil es eventuell nicht lesbar ist, dann irgendwie verfällt. Aufgabenlösungen. Die Aufgabenlösung muss die Nummer der zugehörigen Aufgabenstellung vorangestellt haben. Heißt also, wenn Sie die Aufgabe 4C lösen wollen, dann schreiben Sie auch zunächst 4C hin und beginnen dann mit der Lösung, damit man das zuordnen kann. Dann die Ausarbeitungsblätter. Die Ausarbeitungsblätter müssen alle ihren Namen, ihre Matrikelnummer und eine Seitenzahl tragen. Ganz wichtig, das gehört zu Ihrer privaten Klausurvorbereitungszeit, die Ihnen wertvolle Klausurbearbeitungszeit spart. Ich erlebe es immer wieder, insbesondere in Präsenzklausuren, kann ich noch schnell meinen Namen draufschreiben oder überall auf 20 Blättern müssen noch Namen, Matrikelnummer draufgeschrieben werden. Das ist ärgerlich und die Zeit, die werden Sie bei dieser vergleichsweise, meiner Meinung nach vergleichsweise einfachen Klausur auch nicht haben, weil die Antworten müssen etwa im 3-Minuten-Takt gegeben werden. Also insofern keine Angst, aber vergeuden Sie keine Zeit mit solchen Dingen, tun Sie sich 20, 30 Blätter vorbereiten, das kann man in aller Ruhe vorm Fernseher machen und dann sind Sie gut gewappnet in dieser Hinsicht. So, wie zeigen Sie, dass Sie prüfungsfähig sind und die Klausur antreten wollen? Das ist einfach mit dem Erhalt und dem Abrufen der Klausur getan. Wenn Sie um 9.55 Uhr die Klausur abrufen, dann zeigen Sie, dass Sie sich prüfungsfähig halten und die Klausur antreten. Im Weiteren wird es auch noch Prüfungen des Studienausweises geben, aber das hier ist eine wesentliche Sache, dass Sie damit die Klausur angetreten haben. Was ist erlaubt? Erlaubt ist ein Laptop, ein PC, ein Handy, also Smartphone und zwar nur zum Abholen, zum Scannen oder Abgeben der Klausur und Abgeben der Klausur. Also Abholen und Abgeben der Klausur mit Laptop, PC und Handy ist erlaubt. Ansonsten sind diese Medien nicht für die Klausurbearbeitung erlaubt. Erlaubt ist weiterhin ein Analog, also ein echter greifbarer Ordner, in dem Sie Ihre Vorlesungsmitschriften drin haben, in dem Sie vielleicht Ausdrucke aus Büchern drin haben und in dem Sie auch Bücher gegebenenfalls dazulegen können, die man analog auch bearbeiten und nachlesen und nachschlagen kann. Nicht erlaubt sind elektronische und fernmündliche Recherchen und Kommunikation, also nicht wie bei Günter Jauch, ich rufe mal meinen Experten an. Der Arbeitsplatz, an dem Sie schreiben, der muss mit der Kamera erfasst werden und wenn irgendwelche Dinge in dieser Art dort festgestellt werden oder auf andere Art festgestellt werden, dann ist die Klausur leider nicht bestanden. Nicht erlaubt ist natürlich jegliche Kollaboration mit anderen Personen, egal auf welche Art. Nicht erlaubt ist ein virtueller Hintergrund und das Einschalten der Chatfunktion im Webex Klausurmeeting. Ja, grundsätzlich können wir damit hier schon mal festhalten, nicht Beachtung der oben angeführten Aufklärung, Überschreitung der Bearbeitungszeit, also nicht fristgerechte Klausureinsendung, wird als Täuschungsversuch bzw. nicht bestanden gewertet. Sollten Sie zur Beantwortung der Klausuraufgaben weitere Vorgaben benötigen, die nicht in der Klausuraufgabenstellung enthalten sind, haben Sie diese sinnvoll und begründet zu wählen. Das ist in der Regel nicht erforderlich, aber wenn Sie meinen, dass es erforderlich ist, dass irgendetwas nicht angegeben ist, was Sie brauchen, dann wie gesagt, versuchen Sie es sinnvoll und begründet zu wählen. Sie finden jede neue Aufgabe auf einer neuen Seite der Klausuraufgabe. Also Klausuraufgabe 1 ist dann wahrscheinlich auf der Klausurseite 1 und die Klausuraufgabe 2 auf der Seite 2 und so weiter. Also immer dann da durchklicken bzw. Sie bekommen sie ja auch, wenn Sie das wollen, vorgelesen über den YouTube-Video-Link. So, zur Abgabedatei. Die Abgabedatei muss im unten beschriebenen 10 Minuten Zeitfenster in den StudIP-Abgabeordner 01 Abgabeklausur bearbeitet. Den habe ich schon angelegt. Können Sie ja mal schauen, ob Sie den sehen. Da muss diese Abgabeversion, die Sie eingescannt haben, aus Ihren handschriftlichen Papierversionen hineingelegt werden von Ihnen. Ansonsten gilt die Klausur als nicht bestanden, wenn das nicht innerhalb dieses 10 Minuten Zeitfensters geschieht. Wir werden das, wenn Sie wollen, in der Testklausur üben und Sie können das auch selbst noch üben. Die Abgabedatei muss im unten näher beschriebenen 10 Minuten Zeitfenster in den StudIP-Abgabeordner, den ich mal 01 Abgabeklausur bearbeitet genannt habe und auch schon angelegt habe. Können Sie ja mal schauen, ob Sie ihn finden. Da müssen Sie Ihre Abgabe hineinlegen. Ansonsten gilt die Klausur leider als nicht bestanden, weil der Ordner nach 10 Minuten automatisch schließt. An die Hochschule-E-Mail-Adresse des Prüfers, also an mich versendete Abgabedateien, werden von Prüfer bzw. in diesem Fall von mir nur dann berücksichtigt, wenn der geforderte Upload Ihrer Klausur-Abgabedatei von Ihnen nachweislich unverschuldet nicht erfolgen konnte. Es gilt dann die Änderungsuhrzeit der Datei als Nachweis für die fristgerechte Abgabe. So, noch was Wichtiges. Während der Klausur werden keine Fragen zu Klausuraufgaben beantwortet. Das war auch schon bei den letzten Präsenzklausuren so allgemeine Vorgabe. Der Hintergrund, die Aufgaben können nachweislich mit den zurückliegend angebotenen Vorlesungen und Vorlesungsdokumenten gelöst werden. Wer also mitgeschrieben, mitgedacht hat, der kann diese Aufgaben so mit allem, was gefragt ist, lösen. Es kommt auch dazu, dass der Prüfer dazu neigt, die Lösungen bei einer Frage zu verraten. Und das ist unfair gegenüber allen Nicht-Fragern. Wirklich wichtige, nicht aufgabenbezogene Fragen, die senden Sie an meine Hochschule-E-Mail-Adresse, also über stud.ip-E-Mail-Nachrichten. Und oder über die Chat-Funktion, wenn wir das irgendwie so einrichten, dass die Kommunikation mit dem Gastgeber freigegeben wird. So, kommen wir zu B. Was brauchen Sie zum reibungslosen Ablauf der anstehenden Take-Home-Klausur? Vieles von dem oder einiges von dem, was ich Ihnen hier sage, das überschneidet sich mit vorangegangenen oder mit nachfolgenden. Das ist ganz klar. Aber das schadet ja auch nicht. Also, was brauchen Sie zum reibungslosen Ablauf der anstehenden Take-Home-Klausur? Fangen wir an mit einer Stud.ip-E-Mail-Adresse, also die Hochschule-E-Mail-Adresse. Sie müssen vor und während der Klausur über Ihre Stud.ip-E-Mail-Konten Nachrichten und Dateien abrufen und versenden können. Im Weiteren natürlich eine Stud.ip-Anmeldung. Das heißt, alle Prüfungsteilnehmer, Teilnehmerinnen müssen in der Stud.ip-Lehrveranstaltung Umweltchemie angemeldet. Und Ihr Profil muss sichtbar geschaltet sein. Hier erfolgt nämlich die Klausur Aus- und Abgabe. Also, Sie haben dort einen Abgabeordner und auch einen Ausgabeordner, in dem Sie die Klausur, wenn Sie sie nicht über den YouTube-Kanal holen, dann dort abholen müssen. Aber auf jeden Fall sollten Sie die Klausur hier ablegen. Und deshalb müssen Sie dort angemeldet sein. Personen, die eventuell nicht an der Klausur teilnehmen, die werde ich dann dort rausnehmen, rausnehmen müssen. Ja, Webex, Sie müssen vor und während der Klausur an einem Webex-Klausur-Meeting teilnehmen können, also Webex installiert haben und anwenden können. Die Kamera muss eingeschaltet sein und Ihren Arbeitsplatz zeigen. Das Mikrofon muss funktionieren und darf nur bei Bedarf eingeschaltet werden, wenn zum Beispiel Sie das YouTube-Video mit der Klausur sich anhören, dass es nicht in den Gruppenraum halt und alle irgendwo stört, die jetzt gerade an einer anderen Stelle sind. Gut, dann zum Thema Taschenrechner hatte ich schon angedeutet. Falls Rechnungen erforderlich sind, so sind diese gut im Kopf rechenbar. Es ist Ihnen überlassen, einen nicht programmierbaren, internetunfähigen Taschenrechner zu verwenden. So, dann wichtig, ein gültiger Studenten-Studierenden-Ausweis. Bitte legen Sie Ihren gültigen Studierenden-Ausweis auf ein Blatt Papier. Schreiben Sie Ort und Datum dazu und unterschreiben Sie. Ganz wichtig, dann scannen Sie das Ganze zum Beispiel mit der nachfolgend erklärten App in ein PDF-Dokument. Dieses PDF-Dokument senden Sie bis zum 20.02. an paulguggelsberger.hs-rm.de, also meine bekannte E-Mail-Adresse. Diese Scan-App, da können wir ja gleich mal kurz drauf gehen. Es sieht nämlich so aus, dass ich, wie Sie wissen, kein Handy habe und Sie das wahrscheinlich als ein bisschen lächerlich finde, was ich Ihnen jetzt erkläre. Nämlich, dass Sie eine Scan-App verwenden müssen und ich jetzt wirklich nicht weiß, wie gut Sie damit vertraut sind. Also Sie müssen mit Smartphone, Tablet, Ihre Analog-Papierseiten, die Sie bearbeitet haben, in ein einziges PDF-Dokument scannen. Dazu habe ich mir mal im Internet ein paar Sachen angeguckt und hier zum Beispiel einen Link gefunden zu einem Adobe Scanner, der das Ganze macht. Der ist hier ganz gut erklärt. Das können wir uns nachher nochmal im Anschluss im Film anschauen. Und Sie können es aber auch durch anklicken. Das Dokument, was Sie hier sehen, das schicke ich Ihnen noch. Dann können Sie das durch anklicken auch herunterladen bzw. sich ansehen und gegebenenfalls dann diese App, wenn Sie sie noch nicht haben, auf Ihr Smartphone oder Ihr Tablet machen, sodass die Scan-Vorrichtung eingestellt ist und Sie dann schnell damit arbeiten können. Also das sah mir sehr einfach und schnell machbar aus. Okay, nach der Scan-App, wichtig, bitte prüfen Sie Ihre Webex-Funktionen, den Down- und Upload in StudIP und die technische Infrastruktur, also Internet, Kamera, Mikrofon und die Scan-App, mit der Sie am Klausurtag arbeiten werden. Das gilt ja wahrscheinlich auch für die ein oder andere Klausur, die Sie sonst noch schreiben. Also dazu dient natürlich auch ein wenig die von mir angebotene Testklausur. Und zu deren Inhalt und zum Ablauf kommen wir jetzt. Also Teil C, Angebot einer Testklausur unter den Ablaufbedingungen der Realklausur. Die Testklausur, die sehen Sie einfach mal als Bestandteil der Vorlesungsreihe, also als zusätzliche Vorlesung. Und der unten angeführte Ablauf, der zeigt auch in etwa, wie viel Zeit Sie insgesamt für die Test- und auch die Realklausur in Anspruch nehmen werden. Und dann wäre mir jetzt noch wichtig, ich bitte Sie um Terminvorschläge, also ab nächste Woche, also ab morgen bis nächsten, und da sehen Sie, da ist auch das Wochenende mit einbegriffen, bis nächste Woche, Sonntag, 21.02. Würde ich Ihnen für jeden Tag einfach mal anbieten, dass wir da die Klausur mal als Testklausur machen könnten. Und dazu die Startuhrzeit am gewählten Testklausurtag, die könnte ich anbieten von 9 bis 19 Uhr. Das heißt also, wir könnten um 9 Uhr starten, um 10 Uhr, um 11 Uhr, also immer zur vollen Stunde. Das wäre mir am liebsten. Und natürlich wäre es auch gar nicht schlecht, wenn wir die Uhrzeit so wählen, wie sie bei der Realklausur wäre, also um 9.25 Uhr anfangen. Ja, und die nachfolgenden Hinweise, die gelten deshalb auch für die Test- und die Realklausur gleichermaßen. Also, als erstes Kommunikation zwischen Prüfer und Klausurteilnehmer vor und während der Klausur, haben wir schon gesagt, die Kommunikation erfolgt über das Hochschule-E-Mail-Konto und über Webex. Zum E-Mail-Kontakt, wie im gesamten Semester praktiziert, über das Hochschule-E-Mail-Konto, über die Hochschule-E-Mail-Adresse. Zum Webex-Kontakt, das schauen wir uns jetzt an. Da wird es so aussehen, ich lade Sie als Gastgeber über Ihr E-Mail-Adresse zum Webex-Meeting ein. Sie nehmen die Einladung an und treten zum unten angeführten Zeitpunkt bei. Wie sieht das aus mit den Zeitpunkten nun? Also um 9.25 Uhr, da wäre dann der Eintritt möglich. Da wollen wir beginnen. Der Prüfer begrüßt alle Teilnehmer zum Webex-Klausur-Meeting, Test-Klausur-Meeting in diesem Fall, im Gruppenraum. Anschließend wechseln Sie in den Teilgruppenraum, der Ihren Namen trägt. Das werde ich noch einrichten dann. Wollen wir mal probieren. Dort prüfe ich den Studienausweis, das ist, damit andere nicht gestört werden. Und danach wechseln Sie zurück in den Gruppenraum. Das hat auch den Hintergrund mit den Teilgruppenräumen. Wenn doch mal eine wichtige Frage in der Klausur, während der Klausur ist, könnte man da auch gegebenenfalls in den Gruppenraum, der Ihnen zugeordnet ist, rein wechseln. Und dann würden die anderen nicht hören, was wir da gerade bereden. Aber das sollte eine absolute Ausnahme halt sein. Okay, dann verstreicht die Zeit bis zum Ende der Studienausweisprüfung und dann um 9.55 Uhr, also 5 Minuten vor dem eigentlichen Start. Da öffnet der Klausur-Ausgabeordner und da wird die Klausur ausgegeben nach einer Variante 1 und 2, wie sie nachher noch unten beschrieben werden. Also dieser Klausur-Ordner, der zeitgesteuert öffnet, ist nur eine Variante. Die andere hatte ich ja auch schon genannt, mit dem Video, was ich hochladen werde und was um 9.55 Uhr dann abrufbar ist. Gut, dann um 10 Uhr wäre dann, sofern Sie Ihre Klausur dann gut runtergeladen und geöffnet haben. 5 Minuten sind lange, man glaubt das nicht, also die Zeit sollte echt ausreichen. Und das werden wir, wie gesagt, in der Testklausur, wenn Sie wollen, dann auch mal testen. Der Start wäre dann für 60 Minuten Bearbeitungszeit um 10 Uhr beginnend und dann um 11 Uhr Ende der Bearbeitungszeit nach diesen 60 Minuten. Sie haben jetzt 10 Minuten, um Ihre Klausur aus dem Analog-Papier-Format, was Sie handschriftlich geschrieben haben, in ein PDF oder in ein JPEG am besten aber, und das würde ich auch erst einmal so als Bedingung vorgeben, als PDF mal transformieren mit zum Beispiel dieser App, die ich Ihnen eben genannt habe. Und um 11.10 Uhr, ganz wichtig, das wäre dann das Ende der Klausurabgabe, wie unten beschrieben. Der Abgabeordner schließt zu diesem Zeitpunkt und alles, was danach noch kommt, wird nicht mehr angenommen. Und sollten dann Klausurergebnisse in mein E-Mail-Postfach kommen, dann werden die nur angenommen, wenn nachweislich Sie nicht daran schuld waren, dass der Upload in diesen Ordner nicht funktioniert hat. So, damit wäre die Kommunikation Prüfer, Klausurteilnehmer vor und während der Klausur soweit geklärt. Das nächste Thema, wie erfolgt die Ausgabe der Klausuraufgaben? Und da hatte ich ja schon gesagt, Variante 2, das ist die Variante von der Hochschule vorgegeben und die wird in jedem Fall angeboten. Ich würde Ihnen aber gerne auch die nachfolgende Variante 1 anbieten. Ob das möglich ist, muss ich dann noch klären. Wie sieht diese Variante aus? Das kennen Sie schon, das Prozedere. Die Variante 1 sieht vor, dass Sie eine E-Mail erhalten, die Ihnen zwei Möglichkeiten der Klausurausgabe anbietet, von denen Sie eine wählen sollten. Also um 9.55 Uhr, wie von der Vorlesung gewohnt, erhalten Sie von mir eine E-Mail mit dem YouTube-Video-Link. Außerdem finden Sie im Anhang der gleichen E-Mail die Klausur Aufgabenstellung als PDF-Datei. Sie können nun a. den Anhang mit der PDF-Datei herunterladen, öffnen und mit der Bearbeitung beginnen oder b. Sie lassen sich die Aufgabe über den Link direkt vorlesen und anzeigen. Wie sieht das dann aus? Also erstens, Sie starten das Video durch Anklicken des Links und im Zweiten wird dann unmittelbar nach Videostart lese ich die Aufgabe der Reihen nach vor. Sie sehen dabei den Aufgabentext natürlich und können mitlesen, können auch anhalten, wie Sie das gewohnt sind von den Vorlesungen. Dann drittens, nachdem eine Aufgabe vollständig von mir vorgelesen ist, mache ich ein paar Sekunden Pause, in welcher Sie das Video anhalten und die gerade vorgelesene Aufgabe bearbeiten. Den Aufgabentext können Sie in dieser Zeit natürlich weiter am Bildschirm lesen in diesem Pause-Modus. Und zum vierten, nachdem Sie diese Aufgabe, jetzt zum Beispiel Aufgabe 1, bearbeitet haben, setzen Sie das Video weiter fort. Also es läuft dann weiter. Es wird Ihnen die Aufgabe 2 dann vorgelesen. Nach dem Vorlesen halten Sie das Video wieder an und bearbeiten die Aufgabe 2 und so geht es dann analog bis zur letzten Aufgabe weiter. Und wenn Sie damit fertig sind, dann können Sie damit anfangen, Ihre Aufgabenblätter, die Sie bearbeitet haben, einzuscannen und als PDF dann in den Ordner zu legen, der dafür vorgesehen ist in StudIP. Ja, kommen wir zur Variante 2. Die Ausgabe der Variante 2, wie sieht die aus? Sie loggen sich in StudIP ein und zwar auf unsere Lehrveranstaltung B1 Umwelt Chemie und gehen dort in das Dateiregister. Und ich habe hier neben mal die Ordner angefügt, die ich da schon hinterlegt habe. Der eine ganz oben heißt Ausgabeordner, ist mit 0,0 versehen, damit er auch ganz oben steht. Und hier ist dann um 9.55 Uhr der Ordner geöffnet und Sie können dort Ihre Klausuraufgabe herunterladen. Dann gibt es den zweiten Ordner, den Ordner 01, die Abgabe der Klausurbearbeitung. Hier legen Sie dann anschließend Ihre als PDF eingescannte Lösungsblätter in diesen Ordner hinein. Heißt also um 9.55 Uhr der zeitgesteuerte Ordner 00 Ausgabe Klausuraufgabenstellung öffnet. Sie können jetzt dort die Klausuraufgabenstellung abholen und mit der 60-minütigen Bearbeitung, wie unten beschrieben, beginnen. Und da kommen wir jetzt zu, wie unten beschrieben, beginnen. Beginnen heißt also Bearbeitung der Klausuraufgabe. Das hatten wir auch schon genannt. Hier nochmal verdeutlicht, wie im Bild gezeigt, Sie schreiben analog handschriftlich auf echtes Papier im DIN A4 Format. Die Schrift muss gut lesbar sein. Der Stift kontraststark, die Farbe blau oder schwarz. Sie legen sich einen Ersatzstift und ausreichend Leerblätter, die Sie auch schon mit Ihrem Namen, Matrikelnummer und Seite beschriftet haben, bereit. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wir gehen weiter zur Abgabe der Klausur. Und auch das wollen wir nochmal hier beschreiben. Ihre analog handschriftlichen Lösungen auf Papier, die überführen Sie zum Beispiel mit einer Scan-App in ein PDF-Dokument. Als Dokumentenname wählen Sie Ihren Nachnamen und hängen die Zahl 1 daran. Beispiel, ich habe hier mal den Namen von der Frau Bilos genommen. Der würde dann heißen, der Ordner oder die PDF-Datei, in der die Lösungen von der Frau Bilos sind. Bilos 1 PDF und die Abgabeblätter sollten alle in einem einzigen PDF-Dokument enthalten sein. Und die App, die ich Ihnen gezeigt habe, die macht das auch. Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer mehr als eine Abgabe-PDF erstellen müssen, dann hängen Sie die nächsthöhere Zahl an Ihren Nachnamen. Also Beispiel Bilos 1, Bilos 2 und Bilos 3 wären dann die nächsten PDFs, falls Sie aus, wie gesagt, welchen Gründen auch immer das doch in mehrere PDFs teilen müssten. Bei der Abgabe sieht es dann so aus, was die Zeit angeht. 11 Uhr, der zeitgesteuerte Ordner 01 Abgabeklausur bearbeitet, öffnet. Sie können jetzt in den nächsten 10 Minuten, und 10 Minuten sind auch länger als man denkt, also bis um 11.10 Uhr, dort Ihre Klausurlösungen als Datei der Form Nachname1.pdf ablegen. Danach können Sie Ihre Klausurabgabedatei zusätzlich auch an die Hochschule-E-Mail-Adresse des Prüfers senden. Diese Abgabe findet vom Prüfer aber nur Verwendung, wenn es beim beschriebenen Upload Ihrer Klausurabgabedatei in den zeitgesteuerten StudIP-Ordner 01 Abgabeklausur bearbeitet, zu von Ihnen nachweislich unverschuldeten Problemen kam. Es gilt dann, wenn Sie das über diesen Weg machen, aber die Änderungsuhrzeit der Datei als Nachweis der fristgerechten Abgabe. Ja, das war es erstmal so zum Ablauf, den ich Ihnen auch noch zuschicken werde. Das können Sie sich dann auch nochmal durchlesen. Ich denke, manchmal ist es gut, wenn man es ein wenig zusammen durchgeht und auch einen Teil vorgelesen bekommt. Ja, dann fällt mir noch ein, ganz wichtig, am Ende müssen Sie eine eidesstattliche Erklärung abgeben. Auch die machen Sie handschriftlich am Ende der Prüfungsunterlagen, scannen die mit ein. Hier ist der Text, den Sie dazu schreiben. Mit der Teilnahme an dieser Prüfung versichere ich an Eidesstadt, dass ich die Prüfung eigenständig erbracht und keine weiteren als die zugelassenen Hilfsmittel für die Bearbeitung der Aufgaben benutzt habe. Noch ein Hinweis, Toilettengänge, die können durch Handzeichen in Webex einzeln angemeldet und wie bei der Präsenzprüfung dokumentiert werden. Also da haben Sie ja die Handzeichenfunktion in Webex und dann dokumentiere ich, wann Sie gegangen sind und wann Sie wiederkommen. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz dieses Erklärvideo zu dieser App, die ich da empfehlen könnte, kurz an und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Geben Sie mir kurz Nachricht, wann Sie vielleicht bereit sind oder wann die meisten bereit sind für eine Testklausur über Webex, also nach dem Prozedere, wie es auch bei der echten Klausur sein sollte. Wie gesagt, ich habe Ihnen da Uhrzeiten gegeben, auch bis 19 Uhr mit Startuhrzeit und auch wenn Sie das alle für besser und sicherer finden, weil Sie zurzeit auch am Lernen sind und Klausuren haben, dass Sie vielleicht am Samstag oder am Sonntag kommender Woche das machen wollen, dann geht das natürlich auch. Ich brauche nur ein paar Rückmeldungen und werde dann die nehmen, wo ich dann die meisten Zusagen für den jeweiligen Tag habe und gegebenenfalls dann die Uhrzeit auch festlegen, wenn es da keine einheitliche Variante gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ich zeige jetzt einmal, wie man mit einem Android-System, sei es jetzt ein Tablet oder ein Handy, mittels einer App, ich habe jetzt mal Adobe Scan ausgewählt, mehrere Seiten einscannen kann und dann die Abgabe als ein einzelnes PDF-Dokument machen kann. Das ist sehr vorteilhaft, weil es für euch einfacher ist, es ist auch für die Lehre einfacher und es geht wirklich so schnell, dass es auch praktikabel ist. In diesem Video zeige ich, wie gesagt, wie es auf dem Android-System geht. Es gibt ein weiteres Video, wo ich es für iOS zeige. Der Link zu dem Video ist unten in der Beschreibung. Ich zeige hier jetzt zwar Adobe Scan, aber es gibt natürlich auch andere Programme. Das hier ist kostenfrei und funktioniert wunderbar. Daher habe ich es jetzt einfach mal ausgewählt. Ich starte jetzt mal die App. Und jetzt muss man natürlich scannen. Das geht unten, indem man einfach auf die Kamera drückt. Dann wird die Kamera geöffnet und man muss eigentlich nichts machen, außer stillhalten und warten. Der sucht jetzt nach dem Dokument, findet die Ecken und macht alles von alleine. Eventuell muss man hier noch ein bisschen nachkorrigieren. Das ist meistens nicht notwendig. Ich könnte oben jetzt zum Beispiel das so ein bisschen nach unten ziehen, weil er ein bisschen zu hoch gegangen ist. Aber im Regelfall passt das. Jetzt klicke ich auf Fortfahren und scanne die zweite Seite auch ein. Wieder einfach warten. Hier sieht man, ich muss jetzt gar nichts einstellen und klicke einfach wieder auf Fortfahren. und jetzt bin ich damit fertig. Dann klicke ich einfach unten rechts und dann öffnet sich hier diese Übersicht. Ich könnte für das Dokument oben übrigens einen anderen Namen vorsehen, wenn mir das hilft, um es nachher wieder zu finden und habe hier dann jetzt die Übersicht über alle Dateien. Ich kann jetzt noch nachkorrigieren. Ich könnte zum Beispiel hier sagen, okay, doch, oben ist mir ein bisschen zu viel drauf. Dann gehe ich hier auf das Tool zum Kleiner schneiden und mache das hier mit fertig. Falls er mal eine Seite falschrum einscannt, könnte ich hier in der Mitte auch die Seite drehen und ähnliches. Ich kann hier auch die Reihenfolge der Seiten ändern, falls da was nicht gepasst hat. Also hier kann man noch einiges nachkorrigieren. So, wenn es jetzt fertig ist, dann klicke ich einfach oben auf PDF speichern. Dann wird es logischerweise abgespeichert. Und jetzt gehe ich zur iSurf App rüber und kann es dann auch dementsprechend hochladen. Ich gehe hier also auf die Testaufgabe, gehe hier auf hochladen und das Praktische ist, wir haben hier oben direkt Dateien in Apps vorgeschlagen. Das ist vielleicht nicht bei jedem Gerät, so eventuell muss man auch suchen. Vielleicht muss man hier zum Beispiel oben Dokumente anwählen. Bei mir funktioniert das jetzt so. Das heißt, ich klicke hier jetzt auf Adobe Scan. Hier habe ich das PDF-Dokument, klicke es an, er lädt es hoch und bitte nicht vergessen, man muss auch noch auf hinzufügen klicken. Und damit ist es jetzt erledigt. Und so haben wir das PDF hochgeladen, ohne dass ich zwei Bilder auswählen muss oder vielleicht sogar zehn, das hatte ich teilweise schon mal. Das macht den ganzen Prozess deutlich einfacher. Probiert das doch bitte mal aus. Guttiens. Untertitelung des ZDF, 2020